Herzlich Willkommen im Technologie- und Anwendungszentrum hier in Mündelheim. Erleben Sie die grobe Universalmaschinenwelt live unter Spahn. Vom kleinsten, neuesten Maschinentyp der G150 bis zur G57 sind alle Größen mit verschiedensten Optionen vorhanden und für Sie jederzeit bereit. Von der Probebearbeitung bis zum simultanen Engineering unterstützen wir unsere Kunden mit den neuesten Technologien, die grob zu bieten hat. Dieser Support beschränkt sich natürlich nicht nur auf unser Werk in Mündelheim. In den Lieferwerken USA, Brasilien und China sowie den meisten Vertriebsniederlassungen weltweit haben wir Technologie-Stützpunkte mit erfahrenen Anwendungstechnikern. Sie wollen unsere Automationslösungen live erleben? Auch diese Gesamtkonzepte bieten wir Ihnen hier in unserem Technologie- und Anwendungszentrum. Wir haben hier alle gängigen Automationslösungen für Sie installiert. Von der Einsteigerlösung, dem PSSR-Lite, über den integrierten Palettenrundspeicher PSSR bis hin zum eigens entwickelten Linearspeicher PSSL. Ganz neu können wir Ihnen nun auch unsere Roboterzelle präsentieren. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Werkzeugtechnologie, Spanntechnik und Kalkkan-Systemen gibt es für uns keinen Prozess, der nicht realisierbar ist. Sie benötigen branchenspezifische Sonderlösungen. Auch das ist für uns dank unseren hoch spezialisierten Anwendungstechnikern kein Problem. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen und hoffen, Sie bald in Mindelheim begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.